The Power of the Darkseid Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dennoch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen? Hahahaha Uh, kurz geleckt. Sowas kann schief. Geh bei eurem Jumpman. Komm! Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann der Scheiball sogar ein Idioten Trophäe gefunden hätte. Naja, groß versteckt war es wirklich, ne? Das ist der kleine Ruckler immer so nahe Tonaufstärke. Aufgezeichnet ist Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten, Wayland Jones, alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Hm, könnte es sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen? Und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Haha. Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Ich mag diese Tonaufzeichnungen einfach. Das bringt so ein bisschen die Atmosphäre weiter, ne? Das ist nur ein Molotiefesloch. Oh, wir sind wieder draußen. Ding Dong! Ihr ist wieder Joker? Macht euch wegen der Fledermauskreis haben. Ich hab auf den BKK Überraschungen vorbereitet. Falls er zu Ende schießen sollte, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus- Okay, wir müssen da rüber, alles klar. Na ja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschütze. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Oder, was ihr habt ja gar nicht gesehen? Ich muss das, was viele Menschen verletzen müssen. Ich muss nachdenken gehen. Wir werden die eine Gerichte generosstraße auf. Ich muss nachdenken. Ich muss nachdenken, wie eine Biergabe. Ich muss nachdenken, wie eine Gerichte auslaufen. Ich bin jetzt sauberan. Ich muss nachdenken, wie eine Gerichte aus der Geophilie ausfrauen. Einschaufschütze, ausgeschlossen. Und den zweiten ausgeschaltet. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut. Na, Job? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenklecks anzehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich an derartig klein war. Der zweite ist... Mal sehen, ist... Ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze. Die Witze lassen? Hey, Schabby! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sein Stil, glaubt! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Da ist nichts mehr zu heilen. Wer ist hier? Wer ist hier? Was? Nie! Die Zähne zeigen uns eigentlich da immer irgendwie der Welt, ne? Da sind wir gerade so hoch. Da sind wir gerade so hoch. Das hat gute Erfahrungen gebrannt. Wow, sie haben die Sanité da aufgehoben. Da hat der Fallung gerade öffnen, da schießt was anderes. Na, hat keiner Sinn. Ist da noch ein Filmraum? Ja. Vielleicht noch Sanitäter. Ich verliere die... So schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette die Flea raus ist hier. Ich habe zwei Feiler aufgewacht und die Legung nehmen können. Habe sein Wunsch! Sie schießen sofort wie ein Jungsgerald! Aus! Was? Wow! Wow! Oh, ist das nicht süß? Die kleine Fledermaus schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Was? War kack! Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wetter die Pfleger, die sind hier. Ich habe zwei Männer auf den Wachdürfen, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig, sie schießen sofort wie den Jungs geradezu in den Fingern um. Du weißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran euch gut, um all unsere Geiseln zu kümmern. Tot bringen sie uns nichts. Steht bitte da. Verdammt, dann haben wir verdammten Eckhänge geblieben. Hey, hilf dem Fledermausbaby doch mal hoch. Wie kommt man da durch ohne Gesäte? Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Pfleger, der Maus ist hier. Ich habe zwei Männer auf den Wachdürfen, die dir Deckung geben können. Aber sei vorsichtig, sie schießen sofort. Ihnen juckt es geradezu in den Fingern um. Du weißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. Bitte haltet während eures Dienstes Ausschau nach irgendwelchen fliegenden Schädlingen. Ich habe gehört, hier kommt es von Zeit und Zeit zu solchen Verbrechung. Ich habe es schon gesagt, ich habe es schon gesehen. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Kunzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal. Ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc. So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere rund. Naja, ich werde sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Großkinner, Verstümmelte und Mörder, die sich noch nicht in der Alpenfäller befinden. Verhalt euch gefälligst, ihr Idioten, bevor ich euch selbst an die Fledermaus verfüttere. Na, ich bin ein Charmeur. Doch! Huh! Wir wollen dabei produzieren was du wehrst, was die Gestalt und der Übernahme angeht. Hallo Jungs, ich will's mal wieder. Bitte denkt dran euch gut um all unsere Geisel zu kümmern. Tot bringen sie uns nicht. Oder eine Schlittwunde da. Können sie uns schauen. guck! Ansteigleiter schluck. Leute, alle haupt, wie ein Arke-Fink-Pinanzierlein, zum Beispiel Feierkippen. Hallo, Jungs, ich bin's mal wieder. Bitte denkt dran euch gut, um all unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Aber eine Wäulige Tür oder eine Schnittwunde da können nichts. Wir gehen einfach durch die Wäulige. Skarabeas auf die Tür. Sie mal, wer das ist. Ja, der große, böse Batman. Los, komm und hol uns. Sieh ihn dir an, wie er da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Naja, war ja wohl irgendwie klar, dass es durch die Foltertüren entgeht. Es muss einen anderen Weg reingehen. Es geht immer. Ich muss nicht... Ich muss nicht... Verliegende Schädlinge! Ich habe gewonnen, dass es ein Teil zu Zeit für solche Befehlungen gibt. Die Sniper hat meine Maus geschaut. Der Sender wäre darauf gestoßen. Bei der Sniper geht es drin. Sniper ist die C Die Sniper ist die Theme Ich bin mal kurz auf die Karte, um zu sehen... Ich wollte ja gerade auf mich schießen. Bekanntlich geht er nicht durch die Haupttür. Tja, wie erwartet. Tja, wie erwartet. Tja, wie erwartet.